Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 260. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Wir sind erholt aus dem Urlaub zurück und haben eine Sendung. Da ist deine Schwester im Grunde genommen dran schuld, dass wir das machen. Ja genau, die Schuld. Und hoffen, dass euch das Thema genauso interessieren wird, wie es uns interessiert hat. Und am Ende der Sendung kann man etwas gewinnen mit freundlicher Unterstützung der Hörspielfirma Europa. Die kennt vielleicht der ein oder andere. Also wer Interesse an etwas zu gewinnen hat, der sollte auf jeden Fall bis zum Ende der Sendung dranbleiben. Und auch in dieser Nachurlaubsfolge hat natürlich die wunderbare Hoaxmistress für euch wieder eine Geschichte vorbereitet. Die Huxiller Story ist diesmal ganz kurz und knapp, nämlich schlicht und ergreifend die Aussage, dass die Sprache der Eskimo im Vergleich zu anderen Sprachen besonders viele Wörter für Schnee hat. Hundert verschiedene Wörter für Schnee haben bestimmt die meisten von euch schon mal gehört. Aber die Frage ist, stimmt das wirklich oder vielleicht doch nicht? Passt sehr gut zum Thema. Und am Ende der Sendung werden wir, denke ich, dann alle mehr wissen. Und ihr könnt schon mal grübeln. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, diese Aussage. Thema der Woche Ja, was ihr da hört, ist ein bisschen Ambient-Geräusch, Hintergrundgeräusch. Und all das, was wir euch jetzt erzählen, müsst ihr euch vorstellen, in den ärgsten Situationen bei minus 52 Grad Celsius in der Arktis, also am Nordpol oder in der Nähe des Nordpols, Spiel unserer heutige Geschichte. Und ihr habt es schon gelesen, HMS Terror, so heißt diese Episode. Und ja, es ist wieder eine Schiff-Episode und es ist auch wieder was Historisches. Irgendwie kommen wir immer auf die Schiffe zurück. Aber es ist einfach eine so unfassbar spannende Geschichte. Und natürlich wird jetzt der eine oder andere sofort sein, der gab es ja vor zwei Jahren als Serie bei Amazon oder bei anderen Streaming-Diensten genau richtig. Wir haben das jetzt gerade erst entdeckt auf Tipp deiner Schwester. Genau, wenn meine Schwester nicht gewesen wäre. Ich weiß nicht, warum ich diese Serie so nicht so auf dem Schirm hatte, weil das eigentlich genau ein Thema ist. Also das ist wie gemacht für uns eigentlich, sowohl die Serie als auch das Thema. Keine Ahnung, ist irgendwie an mir, an uns vorbeigegangen. Aber zum Glück haben wir das ja jetzt nachgeholt. Und ich muss sagen, er hat erstens dazu geführt, dass ich mich stundenlang mit diesem Thema beschäftigt habe. Und zweitens ein Buch über Schifffahrtsgeschichte, genauer gesagt über die Royal Navy, der Briten mir gekauft habe von Michael Palin. Das werde ich zum Schluss nochmal genauer sagen, weil das wirklich ein hervorragendes Buch ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Buch über Schifffahrtsgeschichte lesen würde. Aber egal, die Folge ist schuld. Ja, worum geht es? Es geht in der heutigen Episode natürlich um das Schiff, die HMS Terror. Aber im eigentlichen Sinne geht es um die sogenannte dritte Franklin Expedition, die 1845 startete und endet. Das ist so ein bisschen schwierig, aber man kann sagen, dass vermutlich bis 1848 alle Beteiligten an dieser Expedition verstorben waren. Wir reden hier von 129 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Und faszinierend an dieser Geschichte ist zum einen, finde ich, der Aspekt der menschlichen Hybris, den wir hier erleben. Wir erleben eine Royal Navy des britischen Empire, die ja irgendwie in einem Wandel begriffen ist, ihre eigene Bedeutungslosigkeit an vielen Stellen erlebt und nochmal so aufflammen möchte. Und wir erleben in dieser Geschichte die Suche nach einer Strecke, die sogenannte Nordwestpassage, weil man eben nicht immer um Kap Horn herum segeln wollte, wenn man Asien erreichen wollte, die für ungemein wichtig gehalten wurde, als fast der heilige Gral der Schifffahrt angesehen worden ist. Und heute wissen wir, dass diese Nordwestpassage gar nicht so entscheidend war. Eben, das hatte natürlich zum Teil so Gründe, die in Abenteuer, Lust und Entdecker Mentalität zu finden waren und zum anderen natürlich auch knallharte Handels- und Kolonialinteressen der Briten. Es ging natürlich auch um eine Vormachtstellung der britischen Navy. Also da kamen ganz verschiedene Interessen zusammen und alles gipfelte in verschiedensten Expeditionen, die eben versucht haben, diese Passage zu finden und überhaupt erst mal diese Gegend zu kartografieren. Denn einiges von diesem Gebiet war eben noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Genau, das muss man vielleicht nochmal beschreiben, denn diese Nordwestpassage, die Verbindung des Atlantik zum Pazifik hin, man wusste im Osten Atlantik, wie man offensichtlich nördlich von Kanada in das Packeis hineingekommen ist. Man wusste auch auf der Ostseite, dass es offensichtlich einen Ausgang gibt zum Pazifik hin, das war klar. Und die, was habe ich gesagt? Auf der Ostseite. Auf der Westseite natürlich, Entschuldigung, Pazifik, auch da hat man den Eingang gesehen und die Seekarten so in den 1840er Jahren noch zeigten das, wo man reingefahren ist und in der Mitte war im Grunde genommen ein weißer Fleck, weil man das nicht erkundet hatte. Und ein großes Problem, wie man sich es ja vorstellen kann, ist natürlich nördlich von Kanada, im Prinzip zwischen dem kanadischen Kontinent oder nein, dem nordamerikanischen Kontinent, Kanada als Land natürlich und der Arktis, ist eben der Umstand, dass zwischen den ganzen Inseln, die es dort gibt, immer wieder auch insbesondere im Winter Packeis, im Grunde genommen komplett alles einfriert. Und dann haben wir an einer Eisfläche und es ist eben gar nicht klar, was ist Eis und was ist eigentlich eine theoretisch befahrbare Rinne für Schiffe und das war eben die große Herausforderung und Aufgabe, das zu kartografieren und herauszubekommen, wie man also diese Nordwestpassage durchsegeln konnte. Genau und vielleicht noch kurz, um das zeitlich einzuordnen und auch in so einen militärgeschichtlichen Kontext einzuordnen. Wir befinden uns in der Zeit nach den napoleonischen Kriegen und das war ein riesen Einbruch für die Navy, die man noch verstärkt gebraucht hatte in diesen napoleonischen Kriegen. Die wurden natürlich, wie wir aus dem Geschichtsunterricht wissen, auch großenteils zu mehr ausgefochten. Man hatte die ganze Zeit Angst, dass Napoleon die britischen Inseln angreifen würde, dass da eine Invasion bevorstünde und die Briten haben sich dann natürlich mit Zehen und Klauen verteidigt und eine immense Navy nochmal aufgebaut. Aufgerüstet im Grunde genommen. Und man hat dann diese Offiziere, diese Kapitäne zu entdeckern sozusagen umfunktioniert und man hat sich dann teilweise auf Expeditionen geschickt. Genau, zumindest die, die es dann nicht geschafft haben, in der Politik Fuß zu fassen, eine politische Karriere anzustreben. Diplomaten zum Beispiel zu werden. Genau, das war also natürlich ein Weg, der offen stand. Und dann gab es natürlich auch noch so Teile Großbritanniens, die nicht so gern gesehen waren. Ich weiß gar nicht, wie man das formulieren kann. Also Irland zum Beispiel hat dazu gehört. Und wir haben hier einen Kapitän auch dabei bei dieser Franklin-Expedition, bei dieser dritten, der hätte gar nicht so eine politische oder Diplomatenkarriere anstreben können, weil der war halt ihre. Und denen waren qua ihrer Herkunft, die waren zwar auch Briten, aber halt auch ihren, höhere Ränge im Grunde genommen gar nicht möglich. Da konntest du noch, wenn du Glück hattest, zum Ritter geschlagen werden, eben gerade noch so niedriger Adel. Aber große Ämter waren da nicht zu sehen und dafür musstest du dich schon auch sehr strecken. Und du hast es gerade gesagt, da war so diese Entdeckerkarriere eine gute Option und zum anderen brauchte man auch noch Leute, die man losschicken konnte. Genau und es macht natürlich verdammt viel her, wenn man dann so einen verdienten Offizier hat im hohen Rang, der dann auf so eine Expedition geht und ganz tolle Entdeckungen macht. Das fördert natürlich auch Ruhm und Ansehen des Landes. Insofern hat man das natürlich gerne gemacht. Was mir vorher nicht ganz so bewusst war, weil ich da auch nie mich großartig beschäftigt habe damit, war, dass die nicht nur zu Wasser diese Expedition gestartet haben, sondern auch zu Land. Das heißt also gerade in dieser nördlichen Region beim Polarkreis erforschen, sind die auch wirklich mit Schlitten per Expedition übers Land gefahren. Und auch Sir John Franklin, der diese Expedition 1845 geleitet hat mit zwei Schiffen, war nicht zum ersten Mal in dieser Region. Und er hatte schon eine, mindestens eine sehr, sehr ausgedehnte Expedition hinter sich, die allerdings nicht so ganz großartig verlaufen ist. Also es gibt eine Expedition zwischen 1819 und 1822, wo er versucht hat, den Nordpol zu erreichen. Und das ist wahnsinnig schief gegangen, das Ganze. Also irgendwann ist die Mannschaft halb verhungert gewesen. Man hat dann aus Flechten, also aus so Mosen und Flechten, die man da irgendwie vom Felsen abgekratzt hat, so eine schleimige Suppe zubereitet, um sich irgendwie zu ernähren. Und hat dann, soll dann, das wurde immer so kolportiert, sogar versucht haben, Leder zu essen. Und Franklin ist dann tatsächlich in England, in Großbritannien bekannt geworden als der Mann, der seine Stiefel gegessen hat. Also das war wirklich so ein geflügeltes Wort. Nicht jetzt so ganz schmeichelhaft, aber auf jeden Fall hat man ihn dann trotzdem mit Ehren überhäuft. Und er hat ziemlich Karriere gemacht und war hoch angesehen. Jetzt müssen wir auch nochmal ganz kurz sagen, weil du gerade schon gesagt hast, man hat sie auch per Land in die Polarregion geschickt. Wir sind hier noch in einer Zeit, die wir uns nicht so vorstellen müssen, wie dann später die Zeit von Robert Amundsen, der ja als Polarforscher auch berühmt geworden ist, der dann quasi in Fällen gekleidet mit Hundeschlitten unterwegs war. Aber das war eine neue Generation von Forschern. Übrigens bei der Gelegenheit als Randnotiz, Robert Amundsen war dann auch der Erste, dem es gelang, die Nordwestpassage zu durchfahren in den Jahren 1903 bis 1906. Also wesentlich später. Aber auch drei Jahre gedauert, also für diese Passage. Und der hat dann am Ende tatsächlich von den Eskimos oder Inuit, ja, Techniken übernommen, dann auch und sich zu eigen gemacht, die ihm dann natürlich zum Erfolg verholfen haben. Und das haben wir hier im viktorianischen Zeitalter eben noch nicht gehabt. Also die sind auch zum Teil ein wenig gescheitert, diese Expeditionen, daran, dass die nicht so super gut vorbereitet waren und man eher so den Ansatz hatte, naja, die Navy mit ihren tollen harten Kerlen und Wacker von Gott geführt und Gottes Gnade für das englische Empire, die werden das schon schaffen. Da haben wir das erstmal so ein bisschen diesen Hybris-Gedanken. Und bei der Expedition 1845, die wir dann jetzt gleich angehen werden von Sir John Franklin, war es ja auch so, dass er so am Ende so der Letzte war, dem man das noch geben konnte, der noch so ein bisschen Glanz hatte. Du hast es gerade schon gesagt. Er war auch schon etwas älter. 59. 59. Und seine letzte Expedition lag nun auch schon 17 Jahre zurück. Also der war jetzt nicht der Prime-Candidate, das zu führen, aber er hatte Ansehen, er war eben schon geadelt und er war schon mal da. Und die anderen Personen, die man so angefragt hat, haben aus persönlichen Gründen das abgelehnt, vielleicht auch, weil sie das Risiko gescheut haben. Und so ist er dann zur Ehre gekommen, eben diese dritte Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage zu übernehmen. Und jetzt müssen wir grundsätzlich aber sagen, eben gerade schon gesagt, die waren nicht so cool vorbereitet, diese Expedition war im Grunde genommen beispielhaft modern, auch vom technischen Standpunkt aus vorbereitet und geplant im Grunde genommen und hätte nach allem Dafürhalten eigentlich funktionieren müssen. So hat man gedacht und als die losgesegelt sind, waren tatsächlich alle total euphorisch und fest davon überzeugt, dass sie Erfolg haben würden. Also das war schon eine Stimmung, die man wirklich kaum trüben konnte. Wir müssen tatsächlich ein paar Worte über die beiden Schiffe HMS Erebus und HMS Terra verlieren, denn die waren nicht per se dafür gebaut worden, um als Forschungsschiffe in die Arktis zu fahren. Das waren nämlich ursprünglich Kriegsschiffe. Die waren dafür gebaut, feindliche Häfen zu belagern und aus Mörsern zu beschießen. Der Rumpf war mit Metall verstärkt und die beiden Schiffe waren wirklich massiv ohne Ende, nicht besonders groß. Also es gab wesentlich größere Kriegsschiffe. Die HMS Erebus war nur halb so groß wie so ein übliches großes Kriegsschiff. Aber sie waren halt massiv ohne Ende. Sogenannte Bombarden wird dieser Schiffstypus genannt, Bombarde. Und ja, die beiden hatten Zentralheizungen total abgefahren. Also die wurden quasi überheizt und hatten neben ihren verstärkten Rümpfen auch noch Dampfmaschinen an Bord eingebaut. Und die wollten dann im Prinzip das so machen, wenn es mal irgendwie nicht weitergeht, dann per Dampfmotor dann durch das Eis stoßen und sich sozusagen den Weg freiräumen. Ja, das war der Gedanke. Jetzt muss man hier allerdings sagen, also Rümpfe verstärkt, alles gut, prima. Die Dampfmaschinen, die man eingebaut hatte, waren sehr gute Eisenbahn-Lokomotiv-Dampfmaschinen, die jetzt im Grunde genommen zwar technisch auf einem guten Stand waren, aber eher so bei ein paar PS-Lagen und vier Knoten Leistung maximal geliefert hätten, wenn man sie dann eingeschaltet hat. Die haben tatsächlich so eine Art Rotor auch angetrieben an den beiden Schiffen jeweils. Aber die Schiffe waren dadurch eben extrem langsam und man hatte schon vor zu segeln und im Notfall mal diese Dampfmaschinen anzuschmeißen. Hätte man auch gar nicht so oft machen können wegen des Treibstoffs. Hätte man gar nicht dabei, genau. Und es gab zeitgleich schon in den 1840er Jahren Dampfschiffe, also klar definierte Dampfschiffe, die eine viel größere Leistung gehabt haben. Das heißt, das war so ein Zugeständnis, na gut und wir bauen auch noch eine Dampfmaschine mit rein, aber das war jetzt nicht der Oberkracher, mit dem man als Eisbrecher die ganze Passage hätte durchfahren können. Das ist eben nicht gelungen. Aber so waren die Schiffe im Grunde genommen ausgestattet. Es gab eine Heizung an Bord, das war sehr modern. Es gab Entsalzungsanlagen, dass man aus dem Meerwasser auch hätte Trinkwasser gewinnen können. Wobei, wenn man natürlich im Eis ist, Eis ist ja Süßwasser, also das Problem war so marginal, hätte man gar nicht haben müssen. Man hat insgesamt fast 3000 Bücher an den beiden Schiffen an Bord gehabt, um die Crew zu unterhalten, weil man damit gerechnet hat, dass auch überwintert werden muss auf dieser Nordwestpassage. Es gab sogar Schulbücher, so wird es zumindest überliefert. Und was auch neu war, weil man eben gedacht hat, wenn man so lange unterwegs ist, man hat ja zwei Optionen. Entweder man rüstet dann auch darauf aus, dass man auf die Jagd gehen kann während der Zeit, um sich mit Fleisch zu versorgen. Aber da hat man schon festgestellt, das kann ein bisschen knäpplich werden in den richtigen eisigen Wintern. Und man hat etwas ganz Neues benutzt, was es seit ein paar Jahren erst gab, also seit Beginn des 19. Jahrhunderts im Grunde genommen, nämlich Konservendosen. So 1811 ging das los mit den Konservierten. Genau, und hat dann im Grunde genommen Proviant für drei Jahre mitgenommen. Und da ist es ganz amüsant, sage ich mal, zu betrachten, wie da die Vergabe stattgefunden hat. Nämlich genau wie bei uns schon, der, der den günstigsten Preis gemacht hat, hat den Zuschlag bekommen, dieses Essen zu liefern in Konservendosen. Und es war dann auch bis kurz vor der Abreise noch so, dass die mit Sonderschichten diese Dosen am Ende auch zugelötet haben, damit das dann luftdicht war. Das hatte man also schon raus, wie das ging, damit es wirklich haltbar ist. Aber diese Konservendosen werden auch noch eine besondere Rolle spielen. Aber das hatte man an Bord und man hat, weil man natürlich gedacht hat, okay, Ernährung ist das eine, das man noch zu essen hat. Aber man muss auch Scorbut begegnen, insbesondere ja eine Erkrankung, die durch Vitamin C-Mangel auch entsteht. Also hat man... Der Fluch der Seeleute. Genau. Hat man einfach sehr viel Zitronensaft mit an Bord genommen und hat gedacht, wir haben so viel Zitronensaft mit an Bord. Da kann im Grunde genommen gar nichts passieren, wenn wir das mitnehmen. Genau, insgesamt war man, was Lebensmittel angeht, ausgerüstet für drei Jahre. Und das ist jetzt eigentlich ganz entscheidend, denn diese lange Zeit, die man da geplant hat, ausharren zu können, wird hinterher Auswirkungen auf die Suche nach der Expedition haben, nach Franklins Leuten haben. Genau, ich habe gerade mal nachgeschaut, 4200 Liter Zitronensaft hatte man dabei, wobei da wusste man halt nicht, dass der nicht ewig haltbar ist. Das kommen wir später an. Genau, aber das können wir schon mal einmal anmerken. Und dann gab es eben auch andere Annehmlichkeiten. Es gab Alkohol an Bord, sowohl für die Offiziere, aber auch halt Rum für die Matrosen. Es gab Tabak wurde mitgenommen, Schokolade wurde mitgenommen, es wurden Ball, also Bälle für Ballspiele mitgenommen, damit die sich auf dem Eis unterhalten konnten. Es gab sogar Kostüme, damit man Theater spielen konnte an Bord. Es gab eine Drehorgel, ein früher Fotoapparat, eine Dageroskopie-Apparat, Entschuldigung, Dageroskopie-Apparat wurde mitgenommen. Ob das dann alles so im Eis bei minus 52 Grad hinterher noch funktioniert hat, hat keiner geprüft, aber das war so die Idee, wir geben den Jungs ordentlich Kram mit, damit die das auch tapfer durchstehen. Weil man ja wusste, also man ist davon ausgegangen, dass man nicht sozusagen ein halbes Jahr unterwegs ist und dann die Nordwestpassage gefunden hat und dann auf der anderen Seite wieder rauskommt fröhlich, sondern man ist fest davon ausgegangen, dass man mindestens einen Winter im Eis zu bringen muss. Und es gab sogar Seeleute, die gesagt haben, ja, das ist total cool, stellen wir uns mal drauf ein, wir machen das gerne mit. Also ich meine, die haben das auch alle natürlich mit einer gewissen Entdeckerfreude und einem großen Enthusiasmus gemacht und man wusste auch wirklich, dass man sich da auf eine Langzeitmission einlässt. Also das war keine schnelle Geschichte, das wusste jeder. Zeiglich war es aber zum Ruhm und Ehre des Empires, also man war, man fühlte sich auch irgendwie mit breiter Schulter, dass man das jetzt machen konnte, das war toll und das ist auch belegt dadurch, dass nach dem Ablegen dann die Airbus ja erstmal und die Terror, das waren ja die beiden Schiffe nochmal an der Westküste Grönlands angelegt haben, nochmal Frischfleisch auch an Bord holt haben. Versorgungsschiff bis dahin dabei. Und jetzt ist es so, manche Quellen sagen, es waren 134 Leute, die da losgesegelt sind und 129 sind dann nach Grönland weitergefahren. Manche sagen 133 waren es. Auf jeden Fall, es sind nicht alle, die bis Grönland gekommen sind, auch wirklich weiter in diese Expedition gestartet und ein paar Leute sind teilweise aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus anderen Gründen mit dem Versorgungsschiff dann wieder nach Großbritannien zurückgekehrt. Aber die 129 Personen sind auf jeden Fall dann ins Polarmeer gestartet. Und was wir hier nochmal haben in Grönland, du hast es gerade schon geschildert, woher man das weiß, es wurden da nochmal alle Briefe, konnten alle nochmal Briefe schreiben in die Heimat, die dann auch erhalten geblieben sind und das war alles ganz positiv gestimmt und man war guter Dinge und diese Briefe sind erhalten bis hin zu Briefen. Du hast es ja schon gesagt, dann komm ein Jahr überwintern für den Nervenkitzel, das wäre schon ganz cool, um mal was ganz Besonderes zu erleben. Das war so die Idee. Zwischen Grönland und der Einfahrt in die Nordwestpassage war dann nochmal ein Kontakt mit einem Walfangschiff. Auch da haben die Offiziere sogar nochmal das Schiff gewechselt und haben sich untereinander besucht mit dem Walfangschiff. Und auch da haben dann die Walfänger berichtet, dass die alle sehr gut drauf gewesen sind und in Good Spirit dann in die Nordwestpassage eingekehrt sind. Und das ist dann auch tatsächlich das letzte Mal, diese Walfänger, dieser Kontakt, der am 26. Juli 1845 stattfand. Ja, Europäer haben danach nichts mehr gehört von ihm. Genau. Ja, also da sehen wir schon Juli 1845 der letzte Kontakt mit Europäern. Danach kann man quasi nur noch rekonstruieren, was passiert ist. Mehr gut, mehr schlecht und je länger es dann dauert, desto schwieriger. Und hier sehen wir dann, dass die Inuit als Ureinwohner wichtige Hinweise immer geliefert haben, nicht immer gehört wurden. Auch das werden wir noch nachher ausführen, was mit dieser Franklin Expedition passiert ist. Was man grob zusammenfassen kann, ist, dass der erste Winter 1845-46 vor Beachy Island stattfand. Wir werden euch wieder natürlich Wikipedia-Links und andere Links unter die Sendung auf unserer Homepage hoaxilla.com. Wenn ihr Spotify hört, wenn ihr uns bei YouTube hört oder wenn ihr uns sonst irgendwo hört und sagt, wo sind denn immer diese Quellen, findet ihr dann auf hoaxilla.com. Kleiner Hinweis. Verlinken und da könnt ihr euch dann auch die Karten angucken und seht da auch ungefähr den rekonstruierten Reiseweg. Deswegen wollen wir das jetzt nicht ganz detailliert beschreiben, sondern geben einfach nur so die Stichpunkte. Also erste Überwinterung bei Beachy Island und was man dort findet, ist, dass man da recht konkrete Überbleibsel dieser Überwinterung dann hinterher auch finden konnte. Nicht zuletzt fand man dort drei Gräber und zwar richtige Gräber mit noch so Grabsteinen, die dann auch, ja, wie sagt man, mit Steinmetzarbeiten richtig gemacht wurden, die man auch dann bis zumindest in die Mitte der 80er Jahre lesen konnte, wahrscheinlich auch noch bis heute lesen konnte. Und dort lagen drei Mitglieder der Mannschaft begraben, nämlich John Torrington, William Brain und John Hartnell. Und deswegen wusste man natürlich, dass hier die Expedition bei Beachy Island überwintert hat. Man hat auch Konservendosen dort gefunden, man hat so eine Art behelfsmäßige Schmiede gefunden. Also man muss sich das schon so vorstellen, diese Überwinterung, die im Grunde genommen darin begründet war, dass alles zugefroren war und die Schiffe im Grunde genommen im Eis eingefroren waren. Und eben auch nicht die Kraft hatten, so wie das heutige Eisbrecher haben und selbst die kommen ja nicht immer durch die Nordwestpassage durch, dieses Packeis zu durchbrechen. Und dann war das Schiff halt eingefroren und dann hat man da überwintert, wo man war, weil man eben gar nicht weiter kann. Genau, also wahrscheinlich trotz des Todes dieser drei Mannschaftsmitglieder war das noch etwas, mit dem man im Prinzip gerechnet hat. Und was noch sozusagen im Rahmen des Möglichen war, da hat man sich wahrscheinlich noch nicht allzu große Sorgen gemacht, wobei das natürlich immer traurig ist, wenn man Mannschaftsmitglieder verliert. Aber das Lager war sozusagen noch Teil der Expedition. Danach muss es nochmal ein bisschen besser gewesen sein, also nach dieser Überwinterung ist man dann weiter in den Süden vorgestoßen und ist dann im Pilsund los gewesen irgendwann und ist dann sozusagen vorgedrungen bis zur King William Insel, von der man aber damals gar nicht wusste, dass es eine Insel ist. Das hätte auch ein Teil eines Kontinents sein können. Genau, King William Land hat man das immer genannt. Man wusste halt nicht genau, das war genau der Hintergrund dieser Expedition, natürlich auch das zu kartografieren. Und das Besondere ist, also King William Land hatte man erreicht, ist dort wieder eingefroren worden und dann trat etwas ein, was auch nochmal besonders ist, nämlich aus dem McClintock-Kanal aus dem Norden kam also Packeis in den Süden. Und eine Besonderheit dieser Nordwestpassagen, was es auch so tückisch macht, ist, dass wenn man eingefroren ist, das Eis im Grunde genommen gar nicht still steht. Ja, das ist das Riesenproblem an der Geschichte, sonst könnte man ja sagen, okay, dann ist man da halt an Ort und Stelle, ist halt so, aber erstmal übt dieses Eis eine enorme Kraft auf die Schiffe aus. Per se, also selbst wenn die verstärkt waren, noch und nöcher, was sie ja waren, irgendwann gibt jedes Schiff mal dem Druck nach und man muss damit rechnen, dass es sinkt, beziehungsweise zerstört wird, buchstäblich pulverisiert wird vom Eis. Und wie du angedeutet hast, das Eis steht nicht still, sondern man ist dann sozusagen gefangen im Packeis und wird dann durch Wind- und Eisbewegung einfach dorthin verfrachtet, wohin sich das Eis bewegt und das ist keine schöne Situation. Und das kann bedeuten, Nord, Süd, West, also eher so Richtung Süd oder West-Ost, je nachdem, also mit Klimtor-Kanal schiebt das Eis von Norden nach Süden generell und dann, je nachdem wie es sich bahnt, bewegen sich die Schiffe, also das ist das eine. Und wenn man dann auf Felsen eine Insel stößt, kann auch dadurch ein Schiff zerstört werden, dass es an so eine Insel herangedrückt wird und die Insel gibt dann irgendwann nicht mehr nach, also solange man im Eis ist und das Eis unter Druck schmilzt dann im Zweifelsfall und gibt dann noch nach, aber das ist ein Riesenproblem. Wobei das auch krass ist allein schon im Eis, weil teilweise, also nicht nur teilweise, das Schiff wird dann ja auch durch die Eisbewegung sozusagen in Schieflage gebracht, das kommt auch noch dazu. Genau. Allein das, gut, als Seemann ist man natürlich irgendwie so eine gewisse Bewegung wahrscheinlich gewohnt und so eine gewisse Schräglage, aber das dann über Monate hinweg, das stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, das eine ist wirklich so eine Flächenbewegung, das andere ist eben auch nach oben hin. Und du weißt halt nicht, was als nächstes kommt. Genau, genau und auch das setzt natürlich nochmal dem Schiff einer besonderen Belastung aus natürlich, weil natürlich dadurch auch das Schiff sich verkantet und wenn es von links und rechts den Druck, natürlich es war ja verstärkt, das hast du ja eingangs schon gesagt, ausgehalten hat, konnte es sich aber auch drehen verkanten. Und auch das hat natürlich ein besonderes Problem ausgemacht, das ist eben bekannt von Schiffen, die überwintert haben in der Nordwestpassage, dass genau das eingetreten ist, wie du gesagt hast. Das ist jetzt nicht einer Fernsehserie entnommen, weil das muss man jetzt noch mal sagen, sondern das sind alles so reale Fakten, die bei der Überwinterung in der Nordwestpassage auftreten können. Über die Serie reden wir nachher. Genau. Ja und dann im Grunde genommen verliert sich jede Spur. Und wir können erstmal sagen, dass bis weit in die 2000er Jahre hinein nicht nur die Mannschaft verschwunden war, also wir beschreiben gleich, was man an Spuren gefunden hat, sondern vor allen Dingen auch die Schiffe waren weg. Und jetzt kommen wir also dahin. Also vielleicht sollten wir vorher noch erwähnen, das hatten wir glaube ich noch nicht getan, dass 1847, aber das wirst du vielleicht dann bei den Spuren, die man gefunden hat, 1847 Sir John Franklin stirbt. Also das trägt vielleicht auch noch zu einer gewissen Verzweiflung bei, die man dann vielleicht verspürt hat, weil der erfahrene Leiter der Expedition, der wohl auch außerordentlich beliebt war, dann verstorben ist. Ja, also jetzt müssen wir uns die Situation vorstellen, dass man nichts von der Expedition hört. Nochmal 1845 im Juli, der letzte Kontakt mit Europäern, danach gibt es keinen Kontakt mehr, keine Informationen über die Expedition. Die Ehefrau von Sir John Franklin wird irgendwann ein wenig nervös, aber im Grunde genommen auch erst spät, weil man eben damit gerechnet hat, dass es zwei bis drei Jahre dauern kann, bis man etwas hört von dieser Expedition. Und weil man eben davon ausgegangen ist, dass die Schiffe so gut ausgestattet waren und dass man dem Scorbut, Hunger und dem Brainfuck einfach eingefroren zu sein über einen längeren Zeitraum durch die ganzen Unterhaltungsmedien, die man mitgegeben hat, sehr gut begegnen konnte, dass man sehr lange nicht in Sorge um diese Expedition war. Und wir haben es gerade schon gesagt, die Ehefrau von Sir John Franklin wurde dann irgendwann nervös und hat gesagt, müsste man nicht mal etwas tun. Insgesamt kann man sagen, dass es bis 1854 gedauert hat, bis eben die gesamten Mitglieder dieser Expedition für tot erklärt wurden, also sechs Jahre hat es gedauert. Das hat Lady Jane Franklin immer noch nicht aufgegeben, also sie war quasi felsenfest davon überzeugt, dass zumindest einige Menschen vielleicht überlebt haben könnten. Genau, und in dem Moment, wo jetzt es begann, dass man sich nicht mehr sicher war, was denn nun los war mit dieser Passage, ist es so, dass auch eine Art, ja wie sagt man, Kopfgeld, ist das falsche Wort, eine Belohnung ausgesetzt wurde auf die Findung von Überbleibseln oder dem Verbleib der Expedition. Und zwar in einer sehr, sehr großen Summe, also heute umgerechnet werden es fast zwei Millionen Euro, die ausgeschrieben worden sind, wenn man denn diese Expedition gefunden hätte. Und wir können vielleicht nochmal sagen, zusammengefasst, ohne jetzt auf einzelne Unternehmungen allzu genau eingehen zu wollen, zwischen 1847 und 1859 hat es 20 Suchexpeditionen gegeben, die von elf Versorgungsexpeditionen begleitet wurden sozusagen oder unterstützt wurden. Das heißt also, das war eine riesen Unternehmung über Jahre hinweg und nicht zuletzt auch sehr, sehr gefährlich. Man hat da tatsächlich auch nochmal Menschen verloren auf diesen Expeditionen und es sind wirklich Schiffe auch in Not geraten. Also das war ein unfassbarer, ja Skandal will ich nicht sagen, aber eine wahnsinnig schwierige Situation über Jahre hinweg, die sich da entwickelt hat. Genau, also die Belohnung im März 1848 dann durch die Amiralität ausgesetzt waren 20.000 Pfund Sterling und eben das ist so nach heutigem Geld ungefähr zwei Millionen Euro, also wirklich Unsummen. Und wie du schon sagst, eine ganze Reihe von Expeditionen haben stattgefunden und interessant ist es eben, dass man dann irgendwann durch John Ray, einen schottischen Forscher, die ersten Hinweise bekam, weil der nämlich bei Inuit Überbleibsel dieser Expeditionen gefunden hat. Und dann hat er natürlich nachgefragt und es war eindeutig zuzuordnen, dass das Gegenstände waren, die zur Franklin-Situation gehört haben und es hat sich dann so ein Bild langsam gefügt nach und nach. Also die drei Gräber hat man irgendwann entdeckt, man hat dann die Aussagen der Inuit gehabt, die immer wieder davon berichtet haben, dass sie zerrissene Europäer gesehen haben, die über das Eis und zum Teil auch über das Land gegangen sind, die dabei die Rettungsboote der beiden großen Schiffe hinter sich hergezogen haben und man hat dann tatsächlich auch Rettungsboote gefunden mit zum Teil absurden Inhalt, also von Büchern über Seidentaschentücher, Uhren, also alles mitgenommen, die dann über das Eis gezogen wurden. Und hier kommt so das, was ich vorhin gesagt habe, das war eben überhaupt gar nicht vorgesehen, dass man sich über das Eis bewegt. Du hast gerade gesagt, es gab solche Expeditionen schon, aber das war hier überhaupt nicht angedacht und die hatten eben auch nicht das Gerät dabei. Und diese Rettungsboote vollgefüllt mit Konservendosen, anderen Dingen, die man unbedingt retten wollte, in Anführungsstrichen über das Eis zu ziehen, ist dann bei minus 52 Grad schon mal extrem anstrengend. Und es kommen noch weitere Faktoren hinzu, die wir gleich beschreiben werden, aber das wurde beschrieben. Es wurden dann auch Boote gefunden, in denen man skelettierte Leichen gefunden hat, die dann der Franklin Expedition zuzuschreiben waren. Und die Inuit selber berichten dem Rae gegenüber, dass sie auch einen Ort gefunden haben, wo über 30 Menschen in einem Massengrab beigesetzt worden sind. Rae hat den Inuit geglaubt und hat gesagt, okay, und hat das dann nicht mehr nachgeprüft, weil das eine Reise gewesen wäre dorthin, die ihn wiederum unter Umständen in Gefahr gebracht hätte. Und eine Beschreibung der Inuit hat dann tatsächlich auch das viktorianische Großbritannien in Aufruf versetzt, nämlich die Aussage der Inuit, dass sie in einigen dieser versprengten Lagern, die sie immer wieder gesehen haben, auch eindeutig Spuren davon gefunden haben, dass es Kannibalismus gegeben haben muss. Und das war undenkbar. Ja, ein absolutes Tabu. Kein christlicher Europäer unter der Leitung eines Gentleman wie Sir John Franklin würde jemals zu so einer Methode greifen, um überleben zu können. Das war also absolut undenkbar für jeden Briten, für die ganze Welt. Und dann gab es tatsächlich ein Echo, das bis zu Charles Dickens, übrigens ein guter Freund der Franklin-Familie, reichte. Also der Charles Dickens. Der Charles Dickens, der dann sagte irgendwie, ja, das waren nur die Wilden, die da irgendwie da oben leben, irgendwie den kann man nicht glauben. Die lügen doch nur die ganze Zeit. Also die Berichte wurden komplett vom Tisch gewischt, obwohl sie sich als sehr, sehr genau schon erwiesen hatten und eigentlich auch zur Auffindung von Spuren geführt hatten. Aber was nicht sein kann, das nicht sein darf. Nee, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Ich weiß es nicht, wie rum auch immer. Es durfte jedenfalls nicht sein. Genau. Das ging nicht und deswegen glaubte man diesen Berichten nicht. Und das ist natürlich ganz klarer Imperialismus, also die Inuit wurden als Wilde bezeichnet, die unchristliche Geschichten erzählen und das hat auch Reis Bericht eben deutlich an Glaubwürdigkeit gekostet. Und heute weiß man natürlich durch weitere Forschung, dass diese Berichte sehr, sehr akkurat waren und das ist auch gar nicht verwunderlich, denn die Inuit haben eine lange Tradition der verbalen Geschichtstradierung. Und offensichtlich ist es da angelegt, sehr genau berichtet, mündlich zu überliefern und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass es diese genauen Berichte gab und nachdem man natürlich mehr Expeditionen in diesem Bereich der Polarregionen durchgeführt hat und immer mehr Fakten gefunden hat, war natürlich das, was die Inuit erzählt haben, hinterher untermauert auch mit dem, was man an Beweisen finden konnte. Genau, Geschichte und Informationen werden bei den Inuit sozusagen mündlich überliefert und weitergegeben, weil man sich nicht auf eine Schriftkultur beruft. Und dieses System, dieser mündlichen Weitergabe ist so ausgeklügelt und genau, dass es eben eine sehr, sehr verlässliche Quelle darstellt, was man natürlich im 19. Jahrhundert nicht wahrhaben wollte. Und es ist eine große Frage und diese Frage werden sich auch alle, die irgendwie an Suchexpeditionen beteiligt waren im 19. Jahrhundert gestellt haben. Warum zum Henker haben die in ihren diversen Lagern, auch zum Beispiel bei den Gräbern Beachy Island, keine Hinweise hinterlassen, wohin sie ziehen werden und was sie vorhaben und wieso der Status ist. Also keinerlei Informationen bis dann 1859 auf King William Island an der Westküste in einem Steinhaufen, einem sogenannten Cairn, ein Zylinder mit einem Dokument entdeckt wird. Genau, das war am Victoria Point, tatsächlich von einem Herrn McClintock dann tatsächlich, der das gefunden hat. Und du beschreibst es schon, also was man tatsächlich gemacht hat und das war gar nicht unüblich, war diese Cairns, Steinhaufen vielleicht, also da gibt es kein so wirklich gutes Wort für. Da hat man eben Steine aufgeschichtet und in der Mitte dieser Steinhaufen Metallzylinder, also quasi Standardpergamenten dann hinterlegt. Und das war ein gängiges Verfahren, weil der Ort dieser Cairns eigentlich bekannt war und man konnte dort eben hinterlassen, wir waren an dem und dem Datum hier und hier. Die Schiffe lagen dort und dort und der Status ist okay oder nicht okay oder wir haben folgende Probleme. Und dieses Dokument, was McClintock 1859 fand, ist insofern ganz spannend, weil es das einzige schriftliche Zeugnis ist. Du hast es gerade schon beschrieben, was anderes hat man nicht gefunden. Und zum anderen ist das ein doppelt beschriebenes Dokument. Also einmal noch ein Dokument, in dem im Grunde genommen steht, all well, also aus der ersten Überwinterung im Grunde genommen, dass man sagt, da war noch alles gut. Und dann später. Genau, Franklin, Franklin ist unser Leiter, der ist da, alles ist gut. Genau, und dann hinterher aber dann in diesem Dokument verbürgt, niedergelegt, dass Sir John Franklin verstorben ist mit weiteren Offizieren und weiteren Männern. Und dass man also bei Wintern musste erneut, das ist hinterlegt und da sieht man schon, dass also Teile der Expedition zurückgefunden haben nochmal, um diese Nachrichten zu hinterlegen. Und damit war zumindest für die dann jetzt Witwe von Sir John Franklin sein Schicksal klar belegt. Man hat keinen Grab von ihm gefunden, hier ist die Vermutung, dass man ihm im Eis beigesetzt hat und eben nicht nochmal einen eigenen Grabstein für ihn gemacht hat. Vielleicht aber auch doch, aber den dann vielleicht auf dem Eis und dann ist er verloren gegangen, man weiß es nicht. Also man hat zwar das schriftliche Zeugnis seines Todes, aber nicht seinen Grab gefunden. Und auf dieser Expedition hat McClintock dann auch noch weitere Spuren gefunden. Und man hat dann auch in diesem Dokument die Information finden können, dass neben dem Tod von Franklin der Verlust von neun Offizieren und 15 Männern noch zu beklagen gewesen ist. Genau, das sind die Zahlen, ich habe es nur kurz grob beschrieben, aber das sind die Zahlen. Also da merkt man schon, es werden weniger Männer auf der Expedition. Drei hatte man ja schon in der ersten Überwinterung verloren. Und ja, wir können mal versuchen nachzuzeichnen jetzt, nachdem was wir beschrieben haben, was also geschehen zu sein scheint. Also die drei ersten Verstorbenen sind zum Teil an einer, also einer ist wohl an einer Lungenentzündung verstorben. Man hat Mitte der 80er Jahre dann tatsächlich die Leichen exhumiert und hat sie dann nochmal einer Autopsie unterzogen. Einer von den Männern scheint schon damals 1846 einer Autopsie unterzogen worden zu sein. Genau, das war auch nicht unüblich, das zur damaligen Zeit schon zu machen. Und ja, also Lungenentzündung war eine Todesursache, die man festgestellt hat. Tuberkulose war bei allen dreien vorhanden. Und bei zweien, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das auch die Todesursache. Und ein interessanter Befund, den man an diesen drei Leichen dann festgestellt hat, war, dass sie ungewöhnlich hohe Bleirückstände in ihren Körpern hatten. Und andere Beschreibungen auch von Inuits sagen, dass die Besatzung, die sie gesehen haben, offensichtlich eigentlich Anzeichen von Skorbut hatten, in dem was beschrieben wird. Und auch an anderen Quellen findet man das. Und da kann man jetzt natürlich sagen, warum A, so viel Blei und warum eigentlich Skorbut? Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Die hatten doch alles dabei, was man so braucht. Und da kommen wir jetzt zu zwei Problemen oder ja tragischen Umständen. Zum einen ist es tatsächlich so, dass der Zitronensaft irgendwann die Wirksamkeit verliert. Also das Vitamin C ist dann nicht mehr irgendwann wirkstoffreich innerhalb dieses Saftes. Es kann auch sein, dass da ein Fermentierungsprozess begonnen hat und man hat dann den Zitronensaft abgekocht, um dem entgegenzuwirken. Was natürlich die Vorteile, die der Zitronensaft bieten sollte, zunichte gemacht hätte. Sodass man davon ausgehen muss, dass zumindest zum Ende hin der Expedition in den letzten Jahren Skorbut tatsächlich eine reale Geschichte innerhalb der noch bestehenden Besatzung war. Das heißt bis hin zu Bluten aus dem Zahnfleisch, Blutungen in den Muskeln, die Gelenke haben geschmerzt. Also eine wirklich schlimme Erkrankung, an der die Mannschaft gelitten hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man in diesem Zustand diese völlig ungeeigneten großen Rettungsschiffe nicht nur über das Eis, wo es vielleicht noch halbwegs leicht geht, aber das Eis ist eben nicht eben. Das ist kein See, auf dem man unterwegs ist, sondern eher unebenes Packeis. Aber dann am Ende natürlich auch über das Land, also King William Land ist eher so Schotterboden. Also man muss ja erstmal wahnsinnig verzweifelt gewesen sein, um überhaupt die Schiffe zu verlassen. Das tut man auch nicht leichtfertig. Also die 105 Menschen, die da losgewandert sind, um sich irgendwie über Land Richtung erster Außenposten der Hudson Company retten zu wollen, die müssen schon wirklich sowieso geschwächt und arg verzweifelt gewesen sein. Und dann ist es natürlich so, dass man überhaupt nicht darauf vorbereitet war, sowas zu machen. Du hast das schon so schön beschrieben mit den Booten, die man da auf Schlitten, auf Kufen irgendwie hinter sich herzelt, die viel zu schwer sind. Also wenn man wenigstens vernünftige Schlitten dabei gehabt hätte und Jagdgerät, um sich eventuell noch so versorgen zu können, dann hätte die Sache eventuell noch anders ausgeschaut. Aber man war für so einen Weg überhaupt nicht vorbereitet. Genau. Und dann kommt jetzt hinzu, also Skorbut haben wir gerade schon angedeutet und das macht es dann irgendwann auch fast unmöglich. Und dann erschwerend eben Blei. Und es ist eben festgestellt worden, dass die Konservendosen verlötet wurden. Ich habe schon gesagt. Und dabei ist tatsächlich auch Blei verwendet worden. Und das ist eben, weil es so schnell ging, nicht gut gemacht worden, sodass man heute davon ausgeht, dass sich Blei in, dass die Nahrungsmittel abgesetzt hat und man einfach Blei zu sich genommen hat. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum tut, dann kann es zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Paranoide Wahnvorstellungen gehören auch dazu. Aber viel entscheidender ist eben, dass das gesamte Immunsystem drastisch geschwächt wird. Und wenn man jetzt die Kombination von näherndem Skorbut, einer Bleivergiftung, die einen sowieso schon schwächt und ganz hier offensichtlich vorhandener Tuberkulose innerhalb der Mannschaft, denn drei sind ja daran gestorben, das konnte man ja nun auch feststellen, in dieser Kombination und dann die Gewissheit nach drei Jahren im Eis, irgendwie kommen wir hier nicht mehr weiter mit den Schiffen. Nee, es kommt kein, oder der Sommer bringt kein Tauen des Eises, wir kommen hier nie wieder raus. Also das Ganze war ein absolutes Desaster. Himmelfahrtskommando zu sagen, wir packen das jetzt alles in die Boote. Und tatsächlich bei einigen der skelettierten Leichen, die man dann gefunden hat, ist dann auch Anfang der 80er Jahre sind nochmal forensische Untersuchungen vorgenommen worden. Und es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass hier Kannibalismus stattgefunden hat. Denn man hat auf den Knochen Schnittspuren erkannt, die eigentlich nur dafür sprechen, dass sie entstehen, wenn man eben Fleisch von den Knochen schält, wie man das bei Tieren auch tun würde. Und das zeigt natürlich, wie verzweifelt im Grunde genommen die letzten Überlebenden dieser Franklin-Expedition gewesen sind. Denn natürlich in den viktorianischen Großbritannien, das war wirklich auch undenkbar. Also nicht ohne Grund hat das so eine Aufruhr in der Heimat verursacht. Aber klar, bevor du stirbst, tust du unter Umständen auch das Undenkbare, um dein eigenes Leben zu erhalten. Aber es hat halt dann scheinbar nicht mehr gereicht. Und damit haben wir im Grunde genommen die tragische Geschichte von 129 Menschen beschrieben, die eigentlich im festen Glauben technisch so ausgestattet zu sein, dass es im Grunde genommen ein Kinderspiel ist, diese Nordwestpassage zu durchschreiten. Ich habe gerade schon gesagt, Roald Amundsen, dann erst 1903 als erster, also von 1903 bis 1906 dann derjenige, der die Nordwestpassage tatsächlich hinbekommen hat. Das hat also nochmal, ja, 52, nee, 55 Jahre gedauert, bis man dann am Ende tatsächlich diese Nordwestpassage durchfahren konnte. Und die Bedeutung der Nordwestpassage, Alexa, du hast das mal nachgeguckt, ist heute eigentlich in Relation zu dem Menschenleben, die das gekostet hat, mehr so mehr, oder? Es gibt eine schöne Reportage, einen Artikel aus der FAZ, den man auch online lesen kann aus dem Jahr, aus diesem Jahr, vom Januar, Januar 2020, wo beschrieben wird, wie ein Passagierschiff eben sozusagen die Spuren dieser Franklin Expedition nachzeichnet. Und da wird gesagt, dass bis dato 290 Durchfahrten stattgefunden haben. Das ist jetzt nicht allzu viel, wenn man das mal so auf die Zeit rechnet und 51 davon von Passagierschiffen. Und diese Handels- und Vormachtsbedeutung der Nordwestpassage hat sich überhaupt nicht erfüllt. Natürlich ist der Entdeckergeist und das Kartografieren und Erforschen dieser Gegend immens wichtig. Und es ist wichtig, dass Menschen versuchen, unseren Planeten so gut wie möglich zu beschreiben, zu erforschen, zu kartografieren. Aber letzten Endes diese Prestige-Unternehmung, die das Empire sozusagen damals darin gesehen hat, das hat sich nicht ganz so als, ja, sagen wir mal so wichtig erwiesen oder nicht ganz so dargestellt, wie man damals dachte. Und der Preis war verdammt hoch, den man da gezahlt hat. Ja, also interessant ist eben, dass man viel leichter das dann am Ende hinkriegen konnte durch den Panama-Kanal, der 1914 ja eröffnet worden ist. Das war eben dann der sichere Seeweg quasi so vom Atlantik in den Pazifik. Und wenn wir jetzt hören, dass Armut zu 1906 der erste war, der die Nordwestpassage da oben durchsegelt hat und im Grunde genommen acht Jahre später war der Panama-Kanal fertig, der das dann einfach sicher, safe und auch sehr schnell natürlich ermöglicht hat. Das zeigt die Bedeutung für die Seefahrt oder für die Industrie natürlich sehr gut. Und das ist schon auch interessant, wie das dann so zu einer Fußnote im Grunde genommen wird, der Geschichte. Wobei, also wir wollen jetzt natürlich nicht die Leistung dieser vielen Menschen, die da aufgebrochen sind, um Forschungsforscherarbeit zu leisten, schmälern. Also das ist natürlich einmal fantastisch, was da überhaupt geleistet wurde. Auf der anderen Seite steht wieder diese absolute Hybris, diese Missachtung auch der indigenen Völker, der Inuit im Speziellen, auf die man da stößt. Und die in der Bewertung der Inuit-Berichte zum Tragen kommt. Das ist dann natürlich wieder die dunkle Seite dieser Eigenschaften und des europäischen Forscherdrangs. Ja, Imperialismus halt einfach. Das Imperialismus, danke. Okay, also das ist man wirklich zwiegespalten, was die Bewertung dieser Unternehmung angeht. Es gibt aus den letzten Jahren ein bisschen wissenschaftlichen Streit, eine Debatte darüber, wie weit nun der Bleigehalt, vor allen Dingen diese fehlerhaften Konservendosen dazu beigetragen haben, dass die Expedition desaströs verlaufen ist. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2013, die wollen wir hier mal nennen, der Vollständigkeit halber, die werden wir euch auch verlinken. Deswegen, in der gesagt wird, also die Konzentration war zum einen nicht unbedingt so viel höher als bei anderen Mitgliedern der Royal Navy zu dieser Zeit. Dann hätte die Konzentration in den Knochen höher sein müssen bei denen, die länger überlebt haben. Und ein dritter Faktor, der mir jetzt gerade nicht einfällt, war auch noch Teil dieser Studie. Also man hat sich da Fragen gestellt und wollte herausfinden, ob das wirklich der einzige Grund ist, warum das alles so furchtbar gescheitert ist. Und ist dann eben zu dem Schluss gekommen, dass die Rolle, die diese Bleivergiftung gespielt hat, lange nicht so groß ist, wie man immer gedacht hat. Kann man jetzt bewerten, wie man will. Ich hätte zu dieser Studie noch einige Fragen. Aber es ist sicherlich so, dass das nicht der einzige Faktor ist, der da eine Rolle gespielt hat. Ich denke, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja, aber das haben wir im Grunde schon in unserer Darstellung ja gesagt, dass sehr viele Faktoren zusammengekommen ist. Unter anderem kam ja auch übrigens zusammen, das hat man durch Kernbohrungen im Eis festgestellt, dass die Winter oder die insgesamt die klimatische Situation 1845 bis 1848 extrem kalt war. Das heißt, die haben auch das Pech gehabt, genau in dem Zeitraum die Nordwestpassage versuchen zu wollen, in dem es besonders kalt war und besonders viel Eis bis hin zu fast gar keinem Tauen im Sommer in Anführungsstrichen stattgefunden hat. Und das war natürlich auch nochmal ein Riesenproblem. Und man muss natürlich nochmal ganz kurz erwähnen, vielleicht, dass wir durch die Nähe zum Nordpol auch das Problem haben, dass die zwar natürlich Kompass und alles an Bord hatten, aber ja, im Grunde genommen so ein Kompass in der Nähe des Nordpols auch nur so semi-hilfreich ist. Das heißt, auch das genaue Navigieren und Kartieren ist nicht so wirklich einfach dort oben, weil natürlich dann irgendwann der Kompass auch durch die Nähe zum Nordpol komplett beeinflusst wird. Auch das macht es schwieriger heute. Genau, also ich kann vielleicht noch diesen dritten Faktor, der mir eben nicht eingefallen ist, nochmal nachliefern. Also den ersten und den dritten hatte ich genannt. Der zweite war, dass die Konzentration sozusagen in einem jüngeren Gewebe stärker hätte sein müssen. Also wenn sie in der letzten Zeit sehr viel Blei aufgenommen hätten als in älteren Gewebe. Und das war wohl, da gab es wohl widersprüchliche Befunde. Eins und drei waren relativ auszuschließen. Also so ganz eindeutig war das auf jeden Fall nicht. Also man muss hier natürlich von einem multifaktoriellen Scheitern dieser Mission ausgehen. Alexa spielt so sehr auf das Blei an, weil jetzt können wir ja nochmal den Bogen so ein bisschen zur Fernsehserie und damit eigentlich zu einer literarischen Aufbereitung der Thematik mal schlagen. Also wir können euch, wenn ihr mit dieser düsteren Geschichte umgehen könnt, das muss man natürlich sagen, das ist jetzt kein Happy Hollywood Kino, was wir da sehen. Wirklich nicht. Aber die zehnteilige Serie The Terror, also die Staffel 1, The Terror selber als Serie, ist als Anthologie inzwischen angelegt. Die zweite Staffel hat einen komplett anderen Themeninhalt mit anderen Schauspielern, hat also nichts mehr mit dieser Expedition zu tun. Aber die erste Staffel, bestehend aus zehn Episoden, greift genau das auf, was wir hier erzählt haben und stellt, und das hat uns im Nachhinein auch überrascht, sehr viel, sehr, sehr, sehr realistisch da. Das ist historisch an den allermeisten Stellen sehr akkurat gemacht. Und wir haben die Serie gesehen, bevor wir uns mit dem historischen Vorbild der Geschichte befasst haben und ich dachte bei der ersten Folge so, zum einen, das ist mir zu gruselig, das kann ich mir nicht angucken und zum anderen, ach, das ist so auf Horror gemacht, das wird schon irgendwie ziemlich an den Haaren herbeigezogen sein und vielleicht nur ganz lose auf dieser Expedition basieren. Aber man hat sich da wirklich sehr genau an historische Quellen gehalten. Ja, also vielleicht auch noch bis zu dem Punkt, ich habe es einmal schon angedrückt, Crozier, der dann natürlich das Kommando übernommen hat, nachdem Sir Franklin dann verstorben ist, als ihre, also auch dieser ganze Kontext, und der ist ja nur mitgefahren, weil er sonst ja keine Karriere hätte machen können und war offensichtlich einer der kompetentesten. So wird es dann ja auch beschrieben in den Originaldokumenten und natürlich dann auch in der Serie dargestellt mit einem Alkoholproblem leider, das ist ihm so ein bisschen auch zum Verhängnis neben seiner Herkunft in Anführungsstrichen geworden. Also all diese Faktoren, die in dieser Fernsehserie dargestellt werden, sind an den allermeisten Stellen historisch sehr akkurat. Die ganzen Namen natürlich sind den Originalnamen der Mannschaftsmanifeste entnommen. Die sind ja erhalten. Haben wir gesagt, dass die Serie auf dem Roman von Dan Simmons? Noch nicht, ich habe gesagt, Romanvorlage genauso. Die Serie basiert auf einem Roman von Dan Simmons, dann haben wir das jetzt gesagt. Aber man muss jetzt natürlich sagen, dass in der Serie zum einen diese Bleivergiftung eine sehr große Rolle einnimmt. Deswegen hat Alexa das jetzt auch sehr, sehr, sehr eingeschränkt, dass man da sich eben nicht sicher ist. Und zum anderen gibt es in der Serie dann auch noch mal ein fantastisches Element, was wir jetzt vielleicht gar nicht spoilern wollen, was so ein ganz bisschen was vielleicht hat von etwas, was auch in der Akte X-Folge vorkommen könnte. Nicht Aliens, aber so eine Art Monster. Und da kann man natürlich sehr viel jetzt reininterpretieren, ob es sich hier wirklich um einen Monster handelt, was dann diese Besatzung noch heimgesucht hat, zusätzlich zu allem Unglück. Oder ob es eher die Wahnvorstellungen dann doch waren durch die Bleivergiftung oder ob es am Ende nur eine Versinnbildlichung der Natur, die ihnen den Tod bringen wollte, sein sollte. Das kann man mal hinstellen, wie man das möchte. Das kann jeder für sich selber interpretieren. Kurzum kann man aber sagen, dass diese Serie sehr, sehr gut gemacht ist, mit sehr, sehr viel Aufwand produziert worden ist, extrem stimmungsvoll ist. Sie wird beworben als von Ridley Scott. Also er ist einer der Executive Producer gewesen. Wie sehr er da direkt die Hand im Spiegel hat, hat er da hingestellt und ob er da nicht nur mit seiner Firma ein wenig Geld reingeschossen hat. Aber das ist dann ja immer so, dass der Produzent, der am bekanntesten ist, dann oben natürlich steht. Aber eine sehr, sehr gute Serie. Und wenn ihr sagt, das, was die Huxillers hier gerade erzählt haben, finde ich hochspannend. Das packt mich auch gerade. Dann könnt ihr zum einen das Buch natürlich lesen und zum anderen euch auch die Serie anschauen. Es gibt noch einen, den werden wir auch verlinken, einen medizinischen Artikel, der das Ganze noch mal genauer aufrollt, wo auch noch mal die genauere Untersuchung der gefundenen Toten auf BG Island beschrieben wird. Und bis hin zur Haaranalyse, wo man wirklich ablesen kann, bis wann vor seinem Tod das entsprechende Crewmitglied noch Blei aufgenommen hat. Also das ist sicherlich wahnsinnig interessant für die Leute, die der medizinische Aspekt dieser Expedition besonders interessiert. Also da kann man das alles noch mal ganz genau nachlesen und sich dann eben zusammen mit dieser anderen Studie, was die Bleivergiftung angeht, vielleicht ein eigenes Bild auch schaffen. Und generell können wir hier nur sagen, wir werden ein paar Wikipedia-Artikel und andere Quellen verlinken. Und dann könnt ihr einfach anfangen, wenn ihr nach der Franklin Expedition anfangt zu suchen. Da gibt es einfach so viel im Netz. Also damit kann man sich, glaube ich, über Monate beschäftigen, wenn man das möchte. Und es gibt eben auch viele Originaldokumente, die man dann auch mit ein bisschen Suche finden kann, in die man auch hineinschauen kann. Übrigens, um nochmal auf die Inuit und ihre Rolle zurückzukommen, man hat auch maßgeblich die beiden Wracks 2014 und 2016 durch Berichte der Inuit gefunden. Das heißt, die haben eine wahnsinnig wichtige Rolle auch beim Auffinden der Schiffe gespielt. Also eben sollte man wirklich aufpassen, dass man diese Berichte nicht irgendwie kleinredet. Die sind sozusagen der Schlüssel zu der ganzen Unternehmung und zu allem, was wir überhaupt über die Franklin Expedition im Nachhinein in Erfahrung bringen können. Das ist ein wichtiger Aspekt, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Denn man hat tatsächlich 2014 die Airbus gefunden und 2016 die HMS Terror. Und dann auch noch in der Terror Bay. In der Terror Bay. Ja, genau. Insbesondere die Terror auf Hinweise von Inuit hin. Und hier ist es so, dass quasi die Erforschung dieser Wracks noch ongoing ist. Das heißt, da ist noch gar nicht der Forschungsstand abgeschlossen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es da jetzt auch nicht jeden Tag einfach ist zu tauchen. Es muss eben dann auch gerade mal alles zugänglich sein. Und die Fundorte der beiden Schiffe werden im Grunde genommen durch die kanadische Regierung, Großbritannien hat diese Schiffe Kanada zugesprochen. Und Kanada hat sie sich gemeinsam mit den Ureinwohnern, mit den Inuit als Kulturerbe geteilt. Und die Erforschung wird da sehr vorsichtig vorangetrieben. Und die genauen Fundplätze stehen zwar in der Wikipedia, aber ich habe immer mal wieder auch die Informationen bekommen, dass so ganz genau das eben nicht mitgeteilt wird, sondern wahrscheinlich eher ein größerer, angelegter Bereich, weil man nicht möchte, dass da jeder auch herabtaucht. Das ist so die Frage, wie genau das jetzt ist letztendlich. Und ob da wirklich jeder herabtauchen kann. Genau, also das ist sehr streng. Und Kanada ist da sehr, sehr streng, was Raubtaucher auch angeht. Ja, zu Recht. Also jetzt kam die Pandemie noch dazwischen. Du kannst sowieso nur wenige Tage und Wochen im Jahr solche Tauchgänge machen. Also sie haben schon einige Gegenstände geborgen, aber das Ganze wird sich sicherlich noch länger hinziehen. Und es ist dann die Frage, was die kommenden Jahre da an Informationen noch liefern. Auf jeden Fall kann man an der Position der Schiffe ablesen, dass zumindest eines der beiden Schiffe von einem Teil der Besatzung nochmal weiter gesegelt wurde. Die Terror nämlich, die HMS Terror ist wahrscheinlich nochmal, und auch da kann man jetzt hypnotisieren, dass ein Teil dann irgendwann gesagt hat, entweder wir gehen nicht mit, oder aber gesagt hat, wir kehren um, weil das ist auf dem Schiff offensichtlich doch die bessere Alternative und dann im Grunde genommen dafür belohnt worden ist, weil man noch ein Stück weiter nach Süden gekommen ist mit der HMS Terror, bevor sie dann gesunken ist. Und da die letzten belegten Liegeplätze dieser beiden Schiffe deutlich nördlich waren, muss man davon ausgehen, dass es zumindest noch so eine Art Kernmannschaft, Skelettsmannschaft gegeben hat, die die HMS Terror nochmal Richtung Süden gesegelt hat, bevor das Schiff dann am Ende gesunken ist. Genau, da muss man jetzt einfach schauen, was die weitere Erforschung der beiden Wracks ergeben wird. Wir werden euch auch noch zwei Dokus verlinken, die ihr euch anschauen könnt. Zum Teil sind das aber Dokumentationen, da waren die Schiffe eben noch nicht gefunden, sodass man da noch davon ausgeht, dass man auf der Suche nach den Schiffswracks ist und es ist halt eben relativ frisch, dass man sie gefunden hat. Ja, soweit die Geschichte, die sicherlich noch nicht auserzählt ist, weil immer noch Fragen offen sind und wer weiß, ob man nicht noch weitere Informationen in den nächsten Jahren bekommt. Hochspannendes Thema. Vielen Dank an deine Schwester für die Empfehlung nochmal und wir haben uns da jetzt so richtig reingefräst in das Thema und werden eben, wie gesagt, auf funksla.com euch da ganz viele Sachen auch verlinken, damit ihr selber weiter forschen könnt. Und wer, also aktuell bei Amazon Prime ist die Serie, im Prime Abo mit drin, wer da Kunde ist, kann sich dann ja auch die Serie mal anschauen, wenn er es denn möchte. Und jetzt Alexa, müsstest du uns nochmal darüber aufklären, ob denn jetzt die Eskimos über 100 Begriffe für Schnee haben oder nicht. Ja, was die Auflösung der heutigen Story angeht, kann man zunächst mal sagen, dass das ja ein populärer Irrglaube ist. Manche sagen auch eine moderne Sage, wie auch immer etwas, was sich über Jahre immer weiterentwickelt hat mit diesen vielen, vielen, vielen Wörtern für Schnee, die die Eskimo haben. Und das seien sehr viel mehr Wörter als in anderen Sprachen. Das stimmt definitiv nicht. Wir müssen auch über den Begriff Eskimo sprechen. Das ist nämlich eine Sammelbezeichnung für die indigenen Völker des nördlichen Polargebiets. Dazu gehören vor allen Dingen die Inuit und die Jupik. Und zusammen mit den Ureinwohnern Alaskas gibt es dann die Eskimo-Aleutischen Sprachen. Also das ist das Konglomerat, in dem wir uns bewegen. Und natürlich gibt es in all diesen Sprachen nicht unbedingt so viel mehr Wörter für Schnee, als wir sie auch haben. Also das ist schon mal gleich zu verneinen. Und es gibt dazu auch ein Zitat, was ich euch nicht vorenthalten will, weil ich finde, dass es das so schön auf den Punkt bringt. Und das Zitat stammt aus Katrin Passis Erzählung Sie befinden sich hier, mit der sie 2006 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat. Und dort heißt es, Eskimos haben, wie einfallslose Mitmenschen an dieser Stelle gern in die Konversation einwerfen, unzählige Wörter für Schnee. Vermutlich soll damit auf die abgestumpfte Naturwahrnehmung des Stadtbewohners hingewiesen werden. Ich habe keine Geduld mit den Nachbätern dieser banalen Behauptung. Die Eskimosprachen sind polysynthetisch, was bedeutet, dass selbst selten gebrauchte Wendungen wie Schnee, der auf ein rotes T-Shirt fällt, in einem einzigen Wort zusammengefasst werden. Es ist so ermüdend, das immer wieder erklären zu müssen. Also so viel dazu. Die Sprachstruktur ist einfach eine andere und deswegen gibt es so viele Wörter, die irgendwas mit Schnee zu tun haben. Aber das liegt halt an der Sprache. Genau, wir haben uns noch ein wenig darüber Gedanken gemacht, ob der Begriff Eskimo abwertend ist oder nicht. Da habe ich mal geglaubt, dass das so sei, weil Rohfleischfresser, aber das ist tatsächlich eine Herleitung des Begriffs, die nicht ganz zulässig ist. Und mit dieser Herleitung wäre es abwertend gewesen. Neuere Sprachforschung zeigt aber, dass der Begriff nicht daherkommt. Und deswegen ist der Begriff nicht als abwertend zu sehen. Deswegen können wir den benutzen. Ich habe anfangs gedacht, wir sagen nur Inuit, aber damit würden wir eben, wie du schon beschrieben hast, Alexa, nur einen Teil der indigenen Wörter beschreiben. Insofern ist Eskimo der bessere Begriff. In dem Fall die, die schon mit der Franklin-Expedition in Kontakt gekommen sind. Das stimmt natürlich, genau. Ja, jetzt abschließend noch mal ganz kurz zu dem angekündigten Gewinnspiel. Die Firma Europa ist bei einer Agentur so freundlich, uns immer mal wieder anzuschreiben und zu sagen, hier haben wir was, das könnte was für Huxilla sein. Und im Grunde genommen haben wir ja gesagt, wir sind werbefrei. Aber wenn es Dinge sind, die irgendwie auch keinem wehtun und mit denen wir euch einen Gefallen tun können und die uns gefallen, dann können wir da mal was drüber erzählen. Denn am 11. September, jetzt am vergangenen Freitag, hatte ein neues Hörspiel-Premiere. Das heißt SOS Wasserleichen an Bord. Ihr seht schon, Untote. Das ist natürlich ein Thema für Huxilla. Da ist wieder das Schiffsthema auch, ne? Und das Schiffsthema, das passt natürlich auch besonders gut zur heutigen Episode. Und das Verrückte ist, es ist eine Neuauflage von Europa, der Gruselserie, oder die Serie heißt Gruselserie. Und sowohl von den Cover-Designs, als auch von der Art her, ist es im Prinzip ja so eine Anlehnung an die alten Grusel-Hörspiele. H.G. Francis Grusel-Hörspiele, wer das noch kennt aus dem Haus Europa. So mit diesen neonfarbenen Covern und die, weiß nicht, die Riesenangriff der Riesenspinne gab es. Oder Nessie hatte ich, glaube ich, als Kind als Hörspiel-Kassette. Und du hast auch so deine Erfahrungen. Ja, ich habe früher auch einige gehabt aus der Serie, aber am besten ist mir im Gedächtnis geblieben. Und ich habe es tatsächlich neulich mal wieder gehört, das Duell mit dem Vampir, weil mich der lachende Wehrwolf, also das Duell mit dem Vampir, aber es kommt auch ein Wehrwolf vor, als Kind so geängstigt hat. Also ich war erschrocken, das geht nicht mehr. Das hat mich sehr, sehr beeinflusst. Genau. Beeindruckt. Genau. Und SOS Wasserleicht, dann bortest jetzt das sechste Neu-Hörspiel. Das sind keine Remakes, sondern tatsächlich Neu-Geschriebene. Und das Abgefahrene ist eben, dass wir jetzt hier für euch, einfach indem ihr uns eine E-Mail schreibt, drei Pakete verlosen können, in denen die Folgen 4, 5 und 6 dieser neuen Reihe dabei sind. Und dazu gehören als Folge 4 Projekt X, Invasion der Aliens. Aha. Dann Folge 5, Dracula, Tod im All. Und ja, es geht genau darum. Ihr werdet dann hören, um was es geht. Und eben die besagte Folge Nummer 6, SOS Wasserleichen an Bord. Und das Schöne ist eben, modern produziert, toll gemacht, aber eben mit diesem leichten, ich sag jetzt mal tongue-in-cheek, wenn ihr das nicht beabsichtigt, Europa, euer Problem. Naja, so ein bisschen Retro halt. Genau. Es ist so ein bisschen so dieser 70er-Jahre-Style, so ein etwas übergezeichneter Charaktere, aber extrem unterhaltsam. Und wir haben nicht nur diese Hörspiele, die wir verlosen, uns angehört im Urlaub, sondern haben tatsächlich alle bestehenden sechs Episoden jetzt auch durchgehört und haben die anderen Episoden morgens beim Frühstück im Urlaub, weil wir immer sehr ausgiebig gefrühstückt haben. Und dann haben wir dabei diese Hörspiele gehört. Und wir haben uns sehr gut unterhalten, und gefühlt dabei. Also könnt ihr gewinnen. Und was müsst ihr dazu machen? Ganz einfach, ihr schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff gruselserie an info.hoxiller.com Und zwar schickt ihr uns das bis einschließlich dem 28. September. Da habt ihr dann Zeit bis 0 Uhr. Also dann am 29. September gilt es nicht mehr. Und unter allen Einsendungen verlosen wir jeweils dreimal drei Hörspiele. Also da kriegt ihr richtig was auf die Ohren. Als CD ist noch ganz old school. Und wer Interesse hat, schreibt uns da einfach eine E-Mail. Und wir bedanken uns ganz herzlich. Und damit wir das auch ganz klar deklarieren, ist das natürlich zum einen Werbung. Zum anderen kriegen wir aber keinen Cent dafür, sondern wir haben tatsächlich für uns ein Rezendungsexemplar von SOS Wasserleichen an Bord als CD erhalten. Nur damit ihr auch wisst, was wir für Unsummen damit verdienen. Transparenz. Genau, wir haben uns sehr unterhalten damit gefühlt. Und ihr habt die Chance, was zu gewinnen. Und damit kommen wir zum Ende der 260. Ausgabe. Wir können jetzt schon sagen, das Interview für die 261 ist geplant. Ich spoiler jetzt mal, dass es eine Interview-Folge werden wird. Auch da wird es was zu gewinnen geben. Das ist dann wieder so mehr das neue Kerngeschäft von Hoaxilla. Ein gesellschaftlich wichtiges Thema, über das wir da nochmal wieder reden werden. wird sicherlich eine tolle Folge, auf die wir uns zumindest schon wieder sehr freuen. Damit sind die beiden September-Folgen schon durchgeplant. Ihr merkt, zwei Folgen im Monat, dabei werden wir eisern festhalten. Und der ein oder andere weiß es natürlich, durch die Ferngespräche hat sich die Anzahl der Sendungen insgesamt natürlich drastisch erhöht. Das wird auch noch ein bisschen weitergehen, so wie sich das darstellt. Und jetzt, wo wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, kommen natürlich auch die alten, in Anführungsstrichen, Ferngespräche, die wir schon hatten auf Halde. Jetzt hat dann demnächst auch ein Podcast-Feed an. Jetzt bin ich wieder am Arbeiten. Ich habe mir wirklich ein paar Tage Urlaub gegönnt und mal ein bisschen abgeschaltet. Und jetzt arbeiten wir wieder mit Volldampf, was Hoaxilla angeht, und hoffen, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Und dann auch alles weitere, was in diesem Jahr noch so kommen wird. Ja, und ansonsten natürlich müssen wir es einfach nochmal sagen, wir bedanken uns wieder für die vielen Geschenke, die wir bekommen haben, für eure finanzielle Unterstützung, die uns extrem hilft bei all dem, was wir so tun. Wir können hier im Hintergrund so ganz allmählich auch an technischen Dingen arbeiten. Das werden wir dann alles vielleicht nochmal erzählen, wenn es denn wirklich soweit ist. Alles im Sinne des Projektes. Da schrauben und werkeln wir an viel, vielen Stellschrauben, gerade aktuell. Das macht ihr alles möglich durch eure Unterstützung. Und bitte, bitte habt Verständnis dafür, dass wir einfach im Moment, was Mails, Kommentare und andere Dinge angeht, nicht hinterherkommen und schon gar nicht wirklich nochmal die Bitte mögest. Wenn es was gibt, schreibt uns am allerbesten eine E-Mail. Auch da wird es eine lange Antwortzeit haben. Aber bei den sozialen Netzwerken kann es einfach viel zu schnell passieren, dass uns da was durchrutscht, weil wir eben nicht eine Nachricht am Tag bekommen. Und das pingt dann überall. Und manchmal verliert man etwas aus den Augen. Insofern habt ihr ein ganz kleines bisschen Verständnis dafür, dass wir eine lange Latenzzeit haben, im Moment zu antworten. Die höchste Wahrscheinlichkeit auf eine Antwort eigentlich fast eine E-Mail an info.huxela.com ist. So, in diesem Sinne euch alles Gute da draußen. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxela-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxela.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Wie das eine Industrie ist, sind wir alleine mit ner posting. Das ist die nächste Zeit. Wie das ist das? Das ist die Question der Leute, die wir uns mit dem Punkt mitenaunen sind.